Grüß euch Leute, ich bin der Schnabel Philipp aus Amstetten, bin 25 Jahre alt und die Sendung Ninja Warrior hat mir schon immer gut gefallen, da es auch lange mein Wunsch war mal teilzunehmen und jetzt habe ich dieses Jahr meine Möglichkeit genutzt. Hier im Anschluss zeige ich euch ein kleines Video von mir, von meinen Aktivitäten, was ich so gerne in meiner Freizeit mache und genießt es! Ich bin der Schleuch ab und sie schaffe ich das dritte, was ich da, ich habe mich Und ich finde, es ist halt nochmal ein kleines Video in der Runde und die Hunde, ich bin der Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das waren ein kleiner Ausschnitt von 7 Sachen, die ich so gerne mache und würde mich sehr freuen, wenn ich eine neue Sendung schaffe und vielleicht bis bald.